Und weiter geht's. Mit L. Lester, you're my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you got to figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. Take this, uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Aspergers. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back on social Darwinism and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ok, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's take one. Beim geilen Rucksack hier. Gucken wir da mal hin. Was da so geht. Werben wir uns mal als Webdesigner. Web, Web, Web. Oh, da sind wir ja gleich da. Äh, sind wir doch nicht. Sah nur so aus. Hier ist noch ein Stück. Ah, aber da hinten ist es. Suburb. Haha, es ist gut. Ja. Äh. Entschuldigung. Ich habe diese Interview mit dieser Technik. Ich denke, ich brauche etwas, ich weiß nicht. Geeky. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin zu großartig. Ich bin zu großartig. Es ist gleich, mit meinem Babam. Jetzt muss ich mit einer anderen Generation. Jerspät und etwas Karschäuern. Okay. Dignity Assange? Ich denke, das könnte einfach funktionieren. Good luck at the interview. Goodbye. Die Tür ist schon... Ja. Ist ja noch mal ein ewiges Stück bis dahin. Richtig nerdig. Hier ist eigentlich auch nicht so viel anders als vorher. Aber okay. Die Markierung hätte ich mir natürlich sparen können. Michael? Michael? I'm all dressed up. Now, you wanna run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you looked the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay. Hey, what's going on, brother? I bet you've got a... ... 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 Schauen wir es mal in den Vorgarten. Kaktus. Ein paar Büschen. Zum Hintereingang. Das ist ja sehr unverdächtig. Oh, großartig. PM ist für mehr Funktionalität. Aber wir sind Max. Ich meine, wenn wir etwas, müssen wir die Featuren streiten. Especially, wenn wir ein Verbrechen auf ein Verbrechen ein Jahr späteren. Oh, mein. Ja, du hast es... Ja, du hast es, du hast es, du hast es, du hast es. Ich meine, wir sprechen Beta in Q4, vielleicht Q3. Schau, Milestones sind eine Sache. Aber wenn Design verändert sich die Mühle, sehendlich über Nacht, es ist nicht viel zu tun, du hast es? immer gucken auch cool also schon ein ticket systeme kennt unser kleiner michael die machen doch alle gar nichts ja Das ist ein schreckliches Fahrraddruck, Mann! Hast du irgendwelchen Antivirus-Software? Ich denke so. Nach dem Schmuck auf der Seite. Ich habe einen NSFW-Link, Mann, und mich auf den Arsch. Ja, nicht sicher für die Arbeit, oder? Ihr wisst, mein Sonn, der Computer, mit den gleichen Problemen. Ich lasse die Pop-Ups, sehen, was ich machen kann. Ihr Sonn-Codes? Starten sie früh, Mann! Du schreibst dein bestes Sachen in deinen Twins. Nach dem, ist es einfach ein Hackjob. Da geht's. Wie könnte ich die Antivirus-Software machen? Der Anteater. Und wir scannen. Scannen? Scheiße. Rocking out might get you in the right headspace. They gotta send me on another one of those seminars. And that should do it. Wer sind die Elf denn da? Wollt ihr versuchen, Dinge striktly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote? Meins are gonna blow. Yes, they are. Send me the photo. I know. Maybe. How are you doing? The dude is cool. The Dabdraht goes in the mucking. You got a college education to do this? Jay thinks being a quirky douche boosts creativity. Wo steckt denn das Ding jetzt dran? Das ist ja gut, dass das da. Das mit dem Rucksack, den brauch ich wahrscheinlich nicht mehr. Die krieg ich genauso ab. Das sieht so aus, wie wenn man hierher kommt und guckt. Mit dem sie sich ganz normal ist, ob sie arbeiten. Und wenn man dann wieder weg geht, machen sie es immer noch. Schade, dachte, dass sie dann wieder so abgehen. Das ist vielleicht nicht so getriggert. Ein bisschen Pizza essen. Das ist ein Wader-Café. Gibt's nicht. Kommst du nicht rein. Will zocken. Das ist so nett. 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 Ich gehe nach Hause und schaue die Keynote. T-Bag-time, mein Freund. Lester, hörst du mich? Du spielst du das Spiel? Ja, ja. Entschuldigung. Der Telefon ist rigged. Und was ist dein Problem? Du nicht möchtest? Tch. 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 Das Gerät anrufen. So. Fame of shame. Ich hatte kein eigener Fernseher. Ne, ist ja hier ein Beamer. Ah, hier. Jay Norris wie Chuck Norris. Hey, this company has come a long way since we started it. Weezy News. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. Richtig ehrlich, der Mann. And we have one of the youngest workforce in the world. An average age of only 14,4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Schöne Kinderarbeit. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness The future. Okay, docken wir mal ein. The Life Invader Mobile Device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now we're going to be able to stay docked 24-7. Martin, I'm not going to call Martin. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Go, go, go! Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. The bomb has been planted. Let's go. Jetzt weiß ich, dass es wohl ein kleines, exklusives Etwas war. Freundschaftsanfrage. Ich glaube, wir sehen uns nochmal. Schöne Bilder hier, mit jetzt ein Aktionär. Ich brauche schon einen coolen Anzug, obwohl der mir nicht so gefällt. Da gut.